Hat er gefordert, dass man effektiv und entschlossen ist. Vielleicht jetzt mal, Grumbiegel. Grumbiegel ist durch, sieht die Besserpostierte in der Mitte und das ist Janssens. Guter, tiefer Ball, Corley spielt den. Grumbiegel schneller als Schmidt und Janssens schneller als Guttenberger. Und nochmal, ein Anlauf. Und diesmal ist er! Gögel, die aus sehr spitzem Winkel den Ball genau ins lange Eck bringt. Doppelpass mit Stable, das ist top herausgespielt. Tolles Tor von Christin Gögel, die sich endlich belohnt. Drei, vier Anspielstationen, der Ball kommt perfekt für Hausecke. Hat die Chance und es steht 2 zu 0. Die Ausdecke steht hier goldrichtig und dann ab dafür ins Netz. Rauch hat sehr, sehr viel Platz. Rosberg will die Überzahl. Entscheidet sich spät zum Abschluss. Endemann, Endemann und da ist das Tor. Schönes Tor von Vivian Endemann. Solide Ballannahme und dann glasklar verwandelt. Grumbiegel, Grumbiegel geht nach innen, außen ist Linder frei. Ja, gut durchgesteckt für Colli! Klasse gemacht von Grumbiegel! Eiskolz! Super durchgesteckt! Ganz kurz angetippt! Und der passt dann genau ins lange Eck!